Je nach Bedarf können Sie das Bild im Arbeitsfeld zu drucken. Auf der Registerkarte Modell der rechten Maustaste im Pop-up-Menübefehl aufrufen und aktivieren Sie den Druck. Im Dialog-Fenster aus der Dropdown-Liste wählen Sie den Drucker und aktivieren Sie den Befehl, drücken Sie die OK-Taste. Wenn Sie verschiedene Arten von der Registerkarte Blatt drucken möchten, den Druckvorgang zu wiederholen. Im Druck wird der gesamte Inhalt des VE-Blatt angezeigt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017